Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endlose Downhill-Pulverschneeabfahrten bis ins Tal Spektakuläre Snowparks und Buckelpisten Traumhafte Tiefschneehänge und gewaltige Skitourengebiete Ein Tag in grenzenloser Freiheit Durch die 100%ige Schneesicherheit und die Pulverschnee-Garantie von Oktober bis Mai Zählt dieses Wintersportgebiet zu den besten der besten Auf 86 Kilometer Traumpisten geniessen nicht nur ambitionierte Skifahrer und Border Sondern auch Anfänger und Hobbysportler Spaß und Erholung mit Langzeitwirkung Musik Vom Schauplatz Panoramaterrasse auf 3.250 Meter Entdeckt man den wohl faszinierendsten Ausblick auf die Alpen Dolomiten, Großglockner oder die Zugspitze sind hier zum Greifen nahe Chillen, Tagträumen und herrliche Gletscherbräune tanken In einem der zahlreichen kostenlosen Liegestühle auf den wunderschönen breitläufigen Sonnenterrassen Ein prickelndes All-Inclusive, das umgeben von 100% gesunder Höhenluft, Körper und Geist belebt Egal ob mit oder ohne Handicap, mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Gehwagen Komplett barrierefrei gelangt man von der Tiefgarage bis hinauf auf 3.250 Meter über dem Meer Die gigantischen Gletscherbusse und Aufzüge machen es möglich Als beliebende Draufgabe zur sportlichen Höchstleistung verführen kulinarische Hochgenüsse In einer wohligen Stube, am warmen Kamin, im großen Bergrestaurant des Tuxerfernerhauses Oder im prächtigen Panoramarestaurant am Sonnenplateau Sommerbergalm Und auf ein lässiges Meet & Greet geht's in die Szene der Abriss-Ski- und Nachtbars Hier wird gefeiert bis zum Abwinken Und wie wär's mit erfrischenden Sommerferien in den Bergen? Belebende Höhenluft und rundherum Erholungswirte, die gut tun Der Hintertuxer Gletscher, Österreichs einziges Ganzjahres-Skigebiet Verspricht im Sommer ein Naturschauspiel der ganz besonderen Art 18 Kilometer Skipisten und der spektakuläre Bitterpark Erfreuen weltbekannte Skisportler und Snowboarder Bergfixe wandern bei einer Gletschertour über Schnee und Eis Oder erkunden beim Tracking durch die Spannnagelhöhle Die geologischen Besonderheiten unter den Eisschichten Der Natureispalast ist eine funkelnde Attraktion, die man auf keinen Fall versäumen darf Alle kleinen Gletscherhelden erleben Action ohne Ende im Gletscherflohpark Mit Schneereifkarussell, Riesengondel, Bobbahn, Kletterwand, Riesenrutsche und viel mehr Mit dem Bergführer auf den Olperer oder über den imposanten Wasserfallweg zurück ins Tal Und das Erlebnis Hintertuxer Gletscher bleibt für immer in ewiger Erinnerung Und das Erlebnis Hintertuxer Gletscher London Und das Erlebnis hinter diesem Mai